So bringt Rolex 1926 zunächst ein neues Modell auf den Markt, das die Uhrenindustrie für immer verändern sollte. Die Rolex Oyster, die erste wasserdichte Armbanduhr der Geschichte. Daher auch der Name Oyster, denn die Uhr kann wie eine Oyster eine unbegrenzte Zeit im Wasser liegen, ohne dass sie Schaden nimmt.